Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aktien im Fokus mit Free Stocks und Fit for Finanzen. Mein Name ist Andreas Bernstein. Der Roland Jegen wird selbstverständlich auch dabei sein und wir waren gestern schon zum Wochenauftakt beim Buchstaben A angelangt und wollen uns da auch gar nicht so weit entfernen. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Wir sind tatsächlich bei Amazon hängen geblieben, weil man das im täglichen Leben sicherlich auch oder viele von und sicherlich auch nutzen, denn das Spektrum von Amazon geht ja über Bücherversand hinaus bis hin zu Prime Video, Cloud Services und und und. Ich kann es gar nicht in einem Format alles erwähnen. Genau, das Unternehmen ist sehr breit aufgestellt. Das sehen wir hier auch nochmal in der Übersicht entsprechend und die Aktie hat in der letzten Woche Quartalszahlen vermeldet und vor diesem Hintergrund schauen wir heute nochmal etwas genauer drauf. Was hat sich in News ergeben in den letzten Wochen und was aus fundamentaler Sicht und wie handelt die Aktie aktuell auch im Chart und was sind vielleicht die wichtigen Marken für die nahe Zukunft? Als eine der wichtigsten Marken im Unternehmen selbst hat sich die Cloud-Sparte etabliert, AWS, Amazon Web Service. Da gab es in den letzten Jahren auch mal Spekulationen, ob das abgespalten wird. Davon höre ich gar nichts mehr. Ich auch nicht. Also ich glaube, das hat man erstmal ad acta hier gelegt, aber das ist weiterhin natürlich ein sehr wichtiges Wachstumssegment in den letzten Quartalen gewesen und von daher schauen auch die Investoren immer insbesondere sehr genau, wie groß ist das Wachstum, wie groß ist der Umsatz und die Gewinne in diesem Segment. Ja, wie stark die einzelnen Segmente wachsen, haben wir hier in der Grafik nochmal dargestellt und da sieht man auch zweifelsohne, dass der Online-Versand weiterhin wächst und es ist nicht so, dass man sich auf neuen Geschäftsfeldern ausruht, sondern das ist die maßgebliche Kraft, um den Gesamtumsatz voranzutreiben. Ja, ganz genau weiterhin hier den maßgeblichen Anteil am Unternehmensumsatz. Es gibt mittlerweile natürlich auch physische Stores, es gibt wichtige Services für Dritthändler, die natürlich auch einiges abwerfen und dann natürlich die Abos aus dem Prime-Angebot. Werbung hat man mittlerweile auch angeführt in den unterschiedlichsten Segmenten, da kommen wir später auch noch darauf zu sprechen, aber das weiterhin natürlich die Online-Stores und Amazon Web Services, hier die Wachstumstreiber. Wenn wir schauen auch erstmal auf die Quartalzahlen, die letzte Woche schon über die Ticker kamen und sehr positiv aufgenommen wurden, denn selbst die Analysten waren überrascht und die hatten schon hohe Kostziele bei den einzelnen Segmenten ausgegeben. Genau, der Konzernumsatz ist letztendlich um 14% gestiegen auf 170 Milliarden US-Dollar. Das ist deutlich mehr, als die Analysten erwartet hatten. Der operative Gewinn hat sich sogar vervielfacht von 2,7 Milliarden auf mehr als 13 Milliarden US-Dollar. Erwartet wurden hier nur etwas mehr als 10 Milliarden, also sieht man ein deutliches Plus hier auf der Oberseite. Der Nettogewinn ist auch explodiert, könnte man förmlich sagen, von 0,3 Milliarden US-Dollar auf 10,6 Milliarden US-Dollar. Also sehr, sehr gute Zahlen. Ein Gewinn je Aktie von genau 1 US-Dollar, auch deutlich mehr hier, als die Analysten erwartet haben und hier sieht man auch nochmal die AWS-Sparte hier herausgestellt mit 24 Milliarden US-Dollar Umsatz. Hat das im Rahmen der Erwartungen gelegen, aber nichtsdestotrotz ist es ordentlich gewachsen im Vergleich zum Vorjahresquartal und was auch hinzuzufügen ist vielleicht noch, es gab ja einige große Rabattaktionen wieder. Der Black Friday und Cyber Monday sind natürlich hier auch die wichtigsten Einzeltage für den Online-Händler und da hat man wirklich eine magische Marke auch überschritten. Erstmals wurden mehr als eine Milliarde Artikel hier im Online-Store von den Kunden geordert. Das ist deutlich mehr als je zuvor. Da muss ich mich tatsächlich outen. Ich habe auch was bestellt. Ich in der Tat auch. Gut, dann waren wir beide hier mit dabei von der Partie und haben mitgeholfen, aber wir sind natürlich nicht in allen Segmenten vertreten und wenn man das auch nochmal hier auflistet, das hat kaum ein Unternehmen in allen Segmenten, in fast allen sogar zweistelliges Wachstum zu erzielen auf Jahresrecht. Chapeau. Ja, das auf jeden Fall sehr, sehr starke Wachstumsraten in den wichtigen Segmenten und insgesamt wirklich auch in allen Segmenten hat man hier deutlich zugelegt. Und wie wichtig das war, dass die Quartals dann eben nochmal over the top waren, das zeigt folgende Grafik, denn es gab ja auch einige Quartale, wo zum Beispiel durch eine Beteiligung an Rivian das Ganze verhagelt wurde und sogar ein Minus erzielt wurde, aber die Zeiten sind erst einmal vorbei. Genau, es gab einige sehr, sehr schwache Quartale im Jahr 2022, da ist die Aktie auch förmlich abgestürzt, aber man hat den Turnaround geschafft, man hat sich erholt und kann aktuell wieder sehr, sehr gute Zahlen hier liefern. Da ruht man sich nicht auf den Umsätzen aus und auch nicht auf den Gewinnen, die jetzt erzielt wurden, sondern man schaut in die Zukunft und spart weiter. Und gerade der neue Chef hat hier das Router stark in die Hand genommen, hat schon einen Arbeitsplatzabbau im letzten Jahr vollzogen und trennt sich auch von einigen Sparten, wie zum Beispiel den Medikamentenversand, den man erst vor zwei Jahren aufbauen wollte, so ein bisschen als Pendant zu Shop-Apotheke, Doc Morris und was es nicht alles sonst noch gibt in Europa und das möchte man jetzt nicht mehr weiterfahren, da sind die Margen zu gering. Genau, Amazon Healthcare Services hat hier angekündigt, einige hundert Stellen entsprechend abzubauen und dazu gehört unter anderem auch dieses Pharmazieangebot, das man entsprechend erst erworben hatte und da versucht man auf jeden Fall weiterhin, ja, Ressourcen neu zu orten entsprechend und natürlich Kosten einzusparen. Das hat man zu Beginn des Jahres ja auch schon in anderen Segmenten gesehen, Podcast- und Hörbuchabteilungen, da wurde eingespart, auch denke ich bei der Streaming-Einheit Twitch, wie mehrere Medien berichtet haben. Von daher, man versucht immer wieder hier und da auch Kosten einzusparen. Ja, auch beim Alexa-Team, da rollen ein paar Köpfe und wenn wir bei den ganzen Medien einmal bleiben und tiefer reinschauen, Amazon Prime war ja auch so ein bisschen mit Alleinstellungsmerkmal ohne Werbung beseelt für alle, die eben Prime abonniert haben. Jetzt schaute man vielleicht nach rechts und links zu Netflix, dass es auch mit Werbung geht und genau das soll jetzt vollzogen werden. Ja, aber man setzt es etwas anders um, weil ab dem 5. Februar enthält Prime Video dann einfach automatisch Werbung, ohne dass man etwas dagegen tun kann und wenn man das Angebot weiterhin werbefrei genießen möchte, muss man dann ein Add-on kaufen, diese Add-Free-Option für 2,99 Euro im Monat und ja, das erfreut natürlich viele Nutzer nicht, dass man einfach hier das bestehende Abo umgestellt bekommt. Also man kann gar nicht wirklich wählen, sondern man wird vor vollendete Tatsachen gestellt und muss dann gegebenenfalls hier das Upgrade kaufen. Und genau aus diesem Grund, weil eben dieses Geschäftsgebaren nicht so das ist, was wir in Deutschland kennen, sind jetzt auch die ersten Verbraucherschützer auf die Barrikaden gegangen. Also vielleicht ist da noch nicht das letzte Wort gesprochen und es gibt wieder eine Gutschrift. Ja, das muss man mal schauen. Also die Verbraucherzentrale sieht wirklich eine wesentliche Vertragsänderung entsprechend, wofür jetzt auch keine Zustimmung letztendlich des Nutzers eingeholt worden ist. Und da muss man schauen, wie das letztendlich hier ausgeht. Ich habe mal die KI gefragt von Amazon, ob das okay ist und ich sagte, ja. Nein, Spaß beiseite. Es gibt tatsächlich eine KI von Amazon, die heißt Rufus und die gibt es in den USA in der Shopping-App. Wenn man ganz nach unten scrollt, kann man sich von ihr nämlich mehrere Informationen zu den Produkten ausgeben lassen. Genau, das ist so ein klassischer Chatbot, der dann hier verschiedene Beratungsempfehlungen liefern kann. Ja, wird aktuell in den USA getestet, aber wird dann sicherlich perspektivisch hier auch in Europa ausgerollt werden. Ja, da bin ich mal gespannt, was der Chatbot so leisten kann. Und das schaut sich vielleicht Chef Bezos von der Seitenlinie ein Stück weit an, denn er als Gründer damals in Seattle in der Garage, wo es noch um reine Bücher ging, die er versandt, ist ja exorbitant gewachsen. Also sein Vermögen um die 130 Milliarden und das Vermögen ist natürlich auch in den Aktien gebunden. Wenn die Aktien jetzt auf den höchsten Stand seit zwei Jahren steigen, dann neigt man natürlich dazu, ein paar Anteile zu verkaufen. In Zahlen möchte er in diesem Jahr 50 Millionen Aktien verkaufen. Genau, das wäre circa 8 Milliarden US-Dollar beim aktuellen Stand. Und ja, er nähert sich so langsam ja auch wieder hier Elon Musk an, ist davon von ihm nur noch knapp entfernt hier vom reisten Menschen der Welt. Was ist der Hintergrund? Letztendlich, er verkauft eigentlich regelmäßig Aktien. Das hat man auch in der Vergangenheit gesehen. Und ja, unter anderem will er dadurch natürlich auch sein Raketen-Startup Blue Origin finanzieren. Das hat er auch schon angekündigt. Und er kümmert sich auch immer wieder um diverse wohltätige Projekte, die er unterstützt. Und das sind sicherlich die zwei Hauptgründe. Ja, und wenn es so weiterläuft mit steigenden Umsätzen und Marschen, dann kann er sich ja auch Zeit lassen mit dem Verkauf seiner Anteile. Also es dürfte den Aktienkurs aus meiner Sicht nicht belasten. Ja, das denke ich auch nicht. Also die Prognose sah ja auch sehr, sehr gut aus für das kommende Geschäftsjahr und auch für das nächste Quartal. Von daher, Umsatzwachstum wird weiter hier anstehen. Auch der Gewinn soll ansteigen. Und insbesondere die Margen sollen hier auch wieder ansteigen. Und das erfreut natürlich insbesondere die Investoren. Das heißt ja übersetzt auch, dass die Bewertung attraktiver wird, wenn der Kurs nicht mit anzieht. Also bei einem KGV von 41 für dieses Jahr, für eine Amazon. Da kann man sich schon mal überlegen. Da kann man sich überlegen. Und dann soll das KGV, wenn der Kurs nicht ansteigt, ja noch etwas weiter zurückgeben. Vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren. Und dann ist die Aktie durchaus auch für langfristige Investoren wieder sehr, sehr interessant. Genau. Und dann hat man auch noch natürlich die Analysten-Ratings hier im Blicke für so eine Rundumsicht auf eine Aktie. Und die sind durchweg positiv. Durchweg positiv. Das mittlere Kursziel über der 200-Dollar-Marke. Das wäre dann auch ein neues Allzeithoch. Und ja, man sieht sehr, sehr positive Empfehlungen. Das höchste Kursziel ist sogar noch deutlich darüber. Also von der Analystenseite steht hier einem Kauf nichts entgegen. Bin ich gespannt, ob du hier noch entsprechende Unterstützungszonen hast, wo man vielleicht in den Rücksätzen einsteigen könnte, weil die Aktie ja schon gut gelaufen ist. Genau. Schauen wir uns die Aktie zunächst im großen Bild hier an. Im Wochenchart. Und da sieht man, die Aktie hat ja jetzt kürzlich noch kein neues Allzeithoch ausgebildet wie diverse andere Mega-Caps und Tech-Unternehmen. Das Allzeithoch liegt weiterhin hier bei 188,65 Dollar aus dem Sommer 2021. Danach hatte die Aktie natürlich eine lange, lange Durststrecke. Ist in den Abwärtstrend übergegangen bis Ende 22, Anfang 2023. Und seitdem hat sie wieder einen sehr, sehr schönen Aufwärtstrend hier aufgenommen. Das sieht man dann noch besser auch im Tageschart, wenn man etwas hineinzoomt. Dieser schöne Aufwärtstrend. Hier der Rücksetzer insbesondere im Oktober zum 200-Tage-Durchschnitt wurde hier mustergültig gekauft. Dann nochmal Ende des letzten beziehungsweise Anfang diesen Jahres dieser Rücksetzer in diesen Unterstützungsbereich bei ca. 145 Dollar. Gleichbedeutend hier mit dem 50-Tage-Durchschnitt. Und seitdem gab es wieder eine sehr, sehr starke Rallye, die ja nochmal richtig Fahrt aufgenommen hat. Hier nach den Zahlen mit den neuen Jahreshochs hier über 172 Dollar. Und dort verharrt man jetzt über die letzten Handelstage im Bereich auch der vormaligen Hochs hier aus dem März 2022. Die Aktie ist natürlich sehr, sehr weit gelaufen. Ich denke, auf diesen hohen Kursniveaus möchte man nicht einsteigen. Aber wenn die Aktie nochmal etwas zurückkommt, vielleicht bis in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts oder jeder dieser vormaligen Hochs bei ca. 155 Dollar, könnte sich da nochmal eine Gelegenheit ergeben. Es kann natürlich auch eine Seitwärtskonsolidierung geben und dann den nächsten Aufwärtsimpuls. Und dann, ja, das nächste große Ziel sind dann sicherlich die Allzeithochs hier im Bereich von ca. 188 Dollar. Und die könnten bei diesen aktuellen Wachstumsraten und Zahlen durchaus in diesem Jahr erzielt werden. Ja, wir werden das weiter im Auge behalten, darüber berichten und natürlich zu so einem großen Wert wie Amazon auch regelmäßige Updates im FreeStocks-Kanal geben. Ganz lieben Dank für deine Expertise, Roland Jägen, und bis zum nächsten Video. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.